Einen wunderschönen guten Morgen aus Kitzbühel vom Gieringer Weiher. Wir haben hier sicher einen der schönsten Badeseen in der Region Kitzbühel. Das ist ein Naturbadesee. Wie man sieht, man hat da natürlich auch Moorwasser. Es ist nicht so glasklar wie bei anderen Säen, wo viel Zulauf ist oder was künstlich entstanden sind. Aber wenn man sich da das Panorama rundherum anschaut, das ist wirklich ein Traum. Das ist ein Naturbadesee.